hey das war aber ein slap der war für dich okay gut du hast leider willst du ja nimm borrow time gerne mit du musst dich kommen jetzt wenn du jetzt ein striker das haut er dich noch mal um was bist du ich mag das danke franzi aber nein dass du so ehrlich bist wenn wir noch einer seine rolle sagen wieso werde ich schon wieder gewohnt wird auf die tote franzi geschwäst ich hab dich doch nicht geblockt du glaubst du glaubst okay ein tod und gibt es noch irgendwo hat der kinder einfach kein bock auf t3 ich glaube der weiß nicht wie das geht bist du bist du an ihm vorbeigelaufen ich habe mit der tasche lampe gebläht und das kann gar nicht sein muss ein erst ja also ich bin jetzt wir haben eins und zwei was mit lachen ich bin 75 ich kann ja ja mach weiter oder ich könnte einen wegnehmen mir egal was ich bin durch dann renne ich zu dir franzi weil dann noch beweise dich mit drei ach okay du bist doch weiter weg als ich dachte ich habe seit dem stadt war auch auf der strecke vertreten ich hatte den der hat einfach dein maul warum musste ich bin noch von letzter geworden und dann noch ein reindrücken dann noch ein reindrücken also er weiß halt immer wo ich bin naja jetzt taunt er dich ja für den spielstil würde ich lieber deinstallieren also auf der schule würde ich nicht erzählen dass ich dvd spiel ich fordere eine bonusrunde ich fordere die bonusrunde nur wenn ich nicht gecallt werde und einfach gewogen wieso läufst du mir hinterher wieso glauben wir direkt an aus weg nemesis kommt hallo hier bin ich er läuft einfach geradeaus weiter ich habe fotos von mir entwickelt und habe mich geärgert dass man mich auf den fotos nicht sieht ja der ist gut hast du auch ne grüne figur ne ich bin ein vampir ich hab immer ne grüne figur auf den Fotos aber Julie verstehts leider nicht oh man klar die hat mich nein Julie die hat hier einen Stun und jetzt bekommst du von der Puppe in die Fresse da wurde sie geblendet tschüss und wieder weg die hat gar keinen bock mehr man muss wirklich einfach weiter nach ich hab sie geblendet an meinem Chat wir voten Dalu nein wir voten Gippi wir voten Knechti wir voten Knechti wir voten Knechti wir voten Knechti Hör doch mal auf der Müll ist reiht let's go 40 Sekunden dann brenne ich euch nieder das heißt das ist ja auch für mich er will den Kill Ich kann mir vorstellen, dass das die letzte Diff war, Juli, und da halt der Rest drin ist. Weißt du, vorher wird immer aufgefüllt. Hör auf, Gibi! Das hört sich jetzt ganz schön böse an, Juli. Ich glaube, du musst der Wahl ins Auge füllen. Das ist einfach die letzte Diff und der Rest. Das motiviert mich. Aber guck mal, dann kannst du vielleicht zum nächsten Mal die vorletzte Diff nehmen. Ja. Die hat einen Nurse, oder? Okay, ich versuch, zu Marie zu kommen. Sie ist hinter mir. Oh, ob ich mich erschrocken kann! Marie! Items, jetzt Schlägereien Cargo. Schlägereien Cargo, komm! Nein! Schlägerei! Oh, fuck! Bodyblocking Zombie! Soll ich das tot in oben machen, Gibi? Oh, die Fratze lässt sich nicht blenden. Okay, okay. Ja. Ich bin bereit. Es kommen die Tricks. Willst du einen Salon hochfahren? Er hat den Schack geguckt. Er guckt in beide Schränke. Er guckt in beide. Jetzt geht er wieder zu mir. Ich komm wieder als erstes rein. Nein. Nein, vielleicht nicht. Antäuschen links. Zieht nicht. Ich komm dadurch als erster rein. Ja, okay, aber ich bin Zweiter, wenn da die Ziellinie ist. Der Jen wurde endlich gemacht. Also, jetzt sind sie wieder im Rennen, die Survivor. Die Palette. Warum wurden da die Links-Rechst-Turns gemacht, Franzi? Hör doch auf mit dem Eiertanz da. Ohne den Eiertanz hättest du es geschafft und schon wieder. Das ist aber auch die härteste Runde des Abends. Oder du, Toni. Vielleicht kannst du Nähti killen. Yes. Ist tot. Sturmwaffe. Nicht, nicht, hör auf. Weg, nicht weg. Weg vom Jen. Weg vom Jen. Hier an dem Auto. Er kommt zu euch. Ich weiß, ich weiß. Ich will jetzt wieder so einen Troll-Scheiß machen. Was heißt Troll-Scheiß? Absolut seriöses Gameplay. Das ist da. Du hast Adrenalin. Das ist so gemein. Ich mach den einen Ausgang bei, wo Holla hing auf. Machst du ihn zu 99? Ja. Ja. Außer er kommt. Mhm. Ich mach den anderen, ich bin beim anderen. Bei mir, Leute. Nefi hat ganz leise Heartbeat. Oh mein Gott, er kommt. Er ist bei wir, ihr Haters. Ich hab grad, ich hab super viel Glück, dass ich immer nur vorne gerammt werde. Weil vorne hailst du ja doch ne Menge auf. Aber du kannst Niklas tippen. Ja, hab ich. Ona ist tot. Nice. Ja, nice. Immer drei Punkte für Assist. Mann, Jenny. Oh Gott, war das krank. Den zweiten Jen. Respektier die Palette, Michael. Restecape. Restecape. Du wirst du bescheid, weiß Paco? Ja. Ich sehn. Hinter dir ist ne Palette. Und vor uns, also links, also vorne links, vor dir sind ganz viele Fenster noch. Mhm. Siehst du, wie schnell wir mit dem Jen fertig werden, weil ich Proof yourself mit hab? Das beste Perk. Das ist crazy, ja. Oh. Guter Stun, Dalu. Respektier die Palette, Michael. Danke. Hab ihn geblendet? Um Ausfall. In der Nähe von Hansi. Oh, Mori. Ach ja. Nein. Ich geh mir das Foto. Hi. Dann muss ich jetzt aber aufpassen, weil dann... Ah! Der von nem Hater, du Rentner! Und ich kann nicht mehr entdrücken! Ah! Ich mach den nächsten Jen. Oh, die kennst du eigentlich den Weg hier? Der ist schneller zum Jen. Weißt du, dass der schneller ist? Weiß nicht. Der ist nicht schneller. Ja, ja, ja. Ich bin dann mal wieder weg, wehe. Ja, gar nichts. Also... Weißt du, was zum Kotzen ist, ist ihr Aiming? Boah, ist das eine Scheiße, man. Was ist denn das? Ich bin raus. Ich bin in den Robi. Ich bin in den Robi. Ich bin in den Robi. Hab'n Schwester abgestürzt. Ich fahr' das noch. Der spielt komisch, oder? Komm, wir machen's doch mal. Der benutzt halt auch seine Fähigkeit nicht und so. Was? Ich hab' auf Judy gemacht. Ich hab' auf Judy gemacht. Wer hat das nicht gemacht? Ach so. Nein, nein. Geht's nicht Grand. Das ist das eigentlich. Haha, sehr geil. Gut gemacht. Wunderschön. Ich dachte, ich flieg' jetzt raus. Wunderschön gespielt. Wunderschön. Wunderschön. Sehr geil. Aber dass die beiden Imposter dich dann noch wohnen. Die haben mich davor doch auch schon gewohnen. Ach so. Nächster Jan is ready. Ja, sehr schön. Hast du da tischt? Mach' das gut, mach' das gut. Er geht auf dich, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Scheiß Geist, ich hasse ihn. Marie, wo bist du?